Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag der Bürgerinitiative Natürlich St. Leon zum Thema Bürgerbefragung am 13. März zur geplanten Ortsumgehung in St. Leon. Wir, die Bürgerinitiative Natürlich St. Leon, unterstützen seit unserem Bestehen den Erhalt des Naherholungsgebietes an den St. Leoner Seen. Wir wenden uns gegen die geplante Ausführung der Nordumgehung, denn die Gründe dazu sind offensichtlich. Das zweifellos gut genutzte Naherholungsgebiet wird unwiederbringlich zerstört. Geschützte Arten der Roten Liste, national wie international, werden vertrieben oder sogar vernichtet. Hier seien als Beispiele die Ringelnatter, Eisvogel und die blauflügelige Ödlandstrecke genannt. Ein wichtiges Gebiet für die überregionale Biotopvernetzung geht verloren. Die Ergebnisse aus Verkehrszählungen und Befragungen durch das Beratungsunternehmen Modus Consult zeigen, dass über 70 Prozent des Verkehrs innerörtlich sind. Der Durchgangsverkehr mit 30 Prozent, denn die Umgehung umleiten soll, besteht aber zu einem wesentlichen Teil aus öffentlichem Nahverkehr und Zuliefererverkehr, der auch zukünftig nach St. Leon fahren wird. Die Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2012 zeigt im Vergleich zu 2007 einen Rückgang des Verkehrs, zum Beispiel an der Marktstraße von 12,6 Prozent. Das Ziel der Nordumgehung soll die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs sein. Dies kann jedoch aus folgenden Gründen nicht erreicht werden. Der Hauptverkehrsstrom nach Waldorf und Kirlach wird durch die Nordumgehung nicht erfasst. Die Kirlacher Straße beispielsweise, die mit 17,5 Prozent überdurchschnittlichen Verkehrszuwachs von 2007 bis 2012 einen hohen Anteil an den Verkehr in der Ortsmitte liefert, ist überhaupt nicht angeschlossen. So würde eine Nordumgehung nur eine geringe Entlastung des Ortskerns bewirken. Als Nebenwirkung würden reine Wohnstraßen, wie zum Beispiel die Neue Heimatstraße, am Lerchenbühl, Reilinger Straße und Rheinstraße als Zubringerstraßen für die Umgehung zukünftig stark genutzt. Laut Modus Consult sollen 30 Prozent des Verkehrs, das entspricht ca. 2.000 Kraftfahrzeugen am Tag, aus dem Ort auf die Nordumgehung verlagert werden. Die Umgehung aber zieht gleichzeitig 30 Prozent, ca. 2.000 Kraftfahrzeuge, neuen Verkehr an. Ist dies wirklich sinnvoll? Eine Förderwürdigkeit der Umgehung durch das Land Baden-Württemberg wird erst ab 7.500 Kraftfahrzeugen pro Tag erreicht. Durch überproportionale, nicht nachvollziehbare Verkehrszuwächse von bis zu 30 Prozent bis ins Jahr 2025 wurden nun eine Aufnahme in den Generalverkehrs- bzw. Maßnahmenplan des Landes Baden-Württemberg und somit die Förderwürdigkeit erreicht. Nachweislich ist der Verkehr durch den Ortskern von 2007 zu 2012 aber um bis zu 12,6 Prozent zurückgegangen. Wir fassen also zusammen. Der tatsächliche und zu erwartende Verkehr rechtfertigt die Förderwürdigkeit der Umgehung nicht. Nur die Südumgehung und geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel Radwege, weniger Parkplätze, Einbahnstraßen usw. entlasten die Ortsmitte wirksam, wie das auch vom Beratungshaus im Bericht festgestellt wurde. Die offensichtliche Verkehrsentwicklung, wie zum Beispiel zunehmende Elektromobilität, Radwegeausbau, demografischer Wandel etc. wird überwiegend durch den Gemeinderat ignoriert. Nur durch die Förderwürdigkeit durch das Land hat der Gemeinderat der Nordumgehung zugestimmt. Die Förderwürdigkeit erstreckt sich dabei nur auf die eigentliche Trasse, aber nicht auf das Gesamtpaket, welches deutlich teurer wird. Wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten. Dieses Zitat von Ex-VW-Topmanager Daniel Gödewehr hat im Zeitalter von sinnlosen Bauprojekten noch mehr an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Studien belegen, dass neue Straßen zusätzlichen Verkehr induzieren. Wir von der Bürgerinitiative Natürlich St. Leon appellieren an die Bürgerinnen und Bürger von St. Leon Roth. Setzen Sie ein Zeichen gegen den Straßenbauwahn und für den Erhalt der Natur als Erholungsrefugium für Mensch, Flora und Fauna. Gehen Sie deshalb am 13. März zur Wahl und stimmen Sie mit Nein zu dieser Ortsumgehung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Aufmerksamkeit.